Würden ERVs, sagen sie eigentlich auf Englisch, genauso funktionieren? Nein, nein. Die sind ausgelegt, damit sie in der deutschen Sprache... Natürlich geht's, aber es hört sich mit Deutsch am besten an. Also die Gags gehen natürlich im Deutschen auf. Weil ja viel Sprachspieler, also so Wortspielereien dabei. Märchenprinz, 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 m-m-m-m-m-m. Ja, das auf Englisch ist... I'm the fairytale prince. Ja, das ist ein Lausche vom Wort Aschers.